So, 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 hallo, hallo, und willkommen zurück zu Let's Play, der Let's Talk Zelda, der Windweger, und ja, willkommen im dritten Part bei... Naja, die Drieferskader haben wir ja gefunden, aber ja, ich will da noch weiter runter, und dann lasst uns mal aufgehen in die letzten zehn Etagen. Und hi, Gegner. Hi. 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 Oh Gott. Ami. Ami. Was willst du von mir? Was stichst du mich einfach ab? Hallo? Oh Gott. War das jetzt alles? War das jetzt alles? Ich sagte, war das jetzt alles? Oh Mensch, wenn ich einmal aufgeladen habe, ne? Das ist echt zum... zum Weinen. Hallo, jetzt gibst du. Da bleibt genau einer übrig. Wie frech. Wie frech, wie frech. So. Wir gehen weiter hinunter, und was erwartet uns denn hier? Gar nix. Okay. Und doch. Ja. Zum Glück auch gar nicht viele Schleime oder so. Nö, wie komme ich drauf? Eieieiei. Das sind ja mal viele Schleime, hey. Klunk. 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 Uiuiuiui. Das sind viel. Das sind verdachtbar, weil viele. Und ganz wohl die vorgehen, da da gelbe dabei sind. Oh Gott. Und jetzt wohl... Ey, den habe ich doch voll erwischt. Das wüsste von mir, hey. Oh Gott. Sind das viele Schleime. Ja. Da ist natürlich noch so ein Vieh dabei, dass ich hier paralysiert kann. Oh my God. Hallo. Boomerang, kommst du her? Braucht dich jetzt so ein bisschen. Oh Gott. Sind das viele. Zum Glück gar nicht übertrieben oder so. Ach, du heilige. Oh, da, 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 da. Oh, da, da. Ja. Oh. Ah. Alex Brot. Ah. Hm. Ich bräuchte mal ein bisschen Leben. Ja. Was, wenn wir das nicht eine Vieh brauchen? Ich könnte ja mitwetten. Oh Gott. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich aus dieses Ding drauf haue. Ich weiß nicht warum. Ja. Ja. So was habe ich mir fast gedacht. So. Du stirbst erst mal. Als erstes. Ach, du scheiße. Wie viel sind das? Wie viel sind... Oh Gott. Sind alle hier. Ach, du Scheibenkleister. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ist klar. Ist klar, Leute. Oh, nein, nein, nein. Hm. Das war gut. Lungs. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Einfach mal fünf solche Zauberer in den... Raus. Reisen. Wow. Ja, die Räuber haben es in sich. Muss ich ja mal sagen. Was kommt als nächstes? Oh. Viele Gegner zum Ausräumen. Heieiei. Oh Gott. Da ist sie aber wirklich. Verdammt viele. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ich stelle mich. Ich möchte aber ein bisschen ausrauben hier. Vielleicht bekomme ich ein paar Herzen. Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, erst mal hier. Bis jetzt ausräumen. Säubern. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Huiuiui. Du lässt mich jetzt... Oh, verdammt. Oh. Gott, wie viel sind das? Will ich's wissen. Ach, kommt mit denn in die Menge rein. Oh. Ah. Oh. Huiuiuiui. Lebt noch ein... Oh Gott. Eine Action in diesen Party. Ist ja Wahnsinn. So, dich räube ich jetzt einfach mal aus. So, gib mir dein ganzes Haarwund. Gut. Longs. Jawohl. Danke fürs Herz. Hab von dir alles geklaut. Okay, dann schiffst du jetzt. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zu einer normalen Feilung wechseln und die in den Knadenschuss geben. Aber na gut. So. So. Seht ihr das? Ich hole mir erst mal ein paar Herzen. Hallo. Ich hab gesagt, ich hole mir ein paar Herzen. Ja, jetzt wo ich natürlich auch Herzen will, drum in Rubine. Weil das ja klar ist. Ja, ist ja logisch. Ja, ist logisch. Hier. Hi. Hier bin ich. Hi. 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 So. Dann möchte ich natürlich dich auch noch ausrauben. Einfach, weil ich es kann. So. Und so. Das war der Gegner. Oh Gott, da bin ich wirklich gespannt, wie ich das hinbekommen will. Das wird interessant, Leute. Das wird wirklich interessant. Und da kommt der Typ schon an. Geschlettert. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. So, den nehme ich mir als erstes Opfer. Ah! Ja. Hat ja gut funktioniert. Lässt du mich in Ruhe? Mann, lässt du mich in Ruhe? Lasst ihr Skelettkrieger mich vor allem in Ruhe? Ah! Pum, pum, pum! Und. Naja. Eigentlich bin ich gesprungen, aber da dachte ich, ich klingt einfach mal, nö, ich hab keinen Bock. Und hier, genau dasselbe. Und jetzt kommt der Skelettkrieger von der Seite. Schön! Oh Gott. Ja, genau. Bringt deinen eigenen Typen um. Ich denk's auch. Das tut weh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Nee, nee, erwischt mich nicht. Oh, sieh die doof. Doof. Das wäre echt zu gefährlich, ne? Der macht, kriegt keinen Schaden. Das ist schön. Das ist schön. Kann ich dir irgendwie betäuben? Nö. Okay. Dann auf geht's! Voll erwischt. Schöne Sache. Ja, ist gut, Leute. Mein Gott, ich muss mich hier voll das Brett konzentriert, aber egal. Ich hab mal drauf aus, du ab. Lässt du. Ich, dein, das ist, ne, das ist, ne, das ist, ne. Mensch, diese, diese Aufnahme stresst mich. Oh, mein Gott, das zählt wirklich so. Oh Gott, was ist das denn? Hi, du stirbst erstmals. Du, jetzt, was machst, ne? Gehst du erst, jawohl, voll in die Fresse haut, so wie sie das gehört. Und sterben. Uiuiuiuiui, weg, 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 weg. Aber es ist erstmals nicht erledigt und tja. Das war gut, das war gut, das war schön, das war elegant und dich auch fertig, denn? Ritter, ich hab' doch abgespärt, Mann. So, und jetzt zu euch beiden. Kollegen. Huia, und das war, das nochmal Scheiße. Huiuiuiuiuiui. Und next one please. So, hi. Na komm, na komm. ich muss hier echt noch viel zu besser und in die fresse ich dachte es funktioniert heil gegner willst du nicht mal sein kopf verliert gott hilfe ich will nicht sterben wie zum teufel habe ich den hinteren jetzt gekillt man weiß es nicht du heilige es wird herr und herr und herr und herr ach du scheiße ist jetzt nicht wahr so dich machen erst mal tot und ist klar ist klar ist klar leute nein 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 geh weg ich sterbe ich sterbe nein ich will nicht sterben nicht in die mauer hier rennen sich verdichten so erst mal ein problem wie hier so wie mache ich jetzt die zwei schwarz dritter das war gut das war doch besser nein nein kommt er 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 ist übrigens die stärksten gegner mit dem spiel nochmals am rand dann gleich mit der falsche an zum heilige ok jetzt gibt's rache ihr fenner ihr sterbt ich lasse mich von euch besiegen nein das tue ich nicht war und dauer und dauer und dauer und jetzt stift kollege hallo macht den stirbigen verdammt gut er will sich anders er will sich anders gut das können wir einrichten und jetzt gibt's auf die fresse kollege das war genial das geht noch weiter das geht ach du schöne das geht noch weiter ihr wollt mich doch verholtem schiebeln ihr wollt mich doch auch nee gut ich verabschiede mich schon mal von meiner fee das war schön mit ihr das war gut das war schlecht ist der gegner mit gestorben ich weiß es nicht ich könnte ich könnte ja mal die bisschen ausrauben da hier ich weiß es ist lame aber es muss sein ich will ich sterben ich will nicht sterben und da hat sich kein herz für mich schön so hast du denn hat für mich ein herz für den anleiten wir gib mir okay dann halt nicht ob ich jetzt mal was ganz neues ich mache mal eine bombe auf die das hier ob das eine bombige durch den bombigen durchschlag das war gut dafür liegen wahrscheinlich die ganzen poppen hier denke ich mal so und schön war das wo sehen hallo nein 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 nicht in das bombenfeld reinhauen ganz schlechte idee wo bist du kollege jawohl schön jetzt wenn jetzt natürlich noch so ein paar ritter kommen da habe ich schon wieder ein problem aber naja hoch von der best ach du scheiße ha 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 da werden die schon die stärksten gegner im spiel und ich glaube ich muss mich ach du heilige bitte von diesem rand weg vier stück fucking ach du scheiße da kommt der hat ein feuer strom erst mal mit oh gott ich brauche eine boomerang vier fucking ritter oh gott wie mache ich das leute oh gott oh gott ich krieg angst zustände junioo ich hab ans ich habe ans es war nein ich habe angst froh ich lasse mich allen ruft lasse ich alle ich will doch nur leben okay ich glaube das war es entgelegen mein überlebenswünschen nein oh gott und das war verdammt noch mal gefährlich einfach die ganze zeit die attacke spam anders hilft mir jetzt nicht mehr oh gott und die halten wird am final ist aber es sagt keine freie nein und da sterbe ich jetzt durch ein feuer durchs feuer sterbe ich durchs feuer ich habe doch ein viertel oh gott ja jetzt bin ich tot gott jetzt habe ich wirklich eine fehl gebraucht oh mein gott ich schäme mich aber es sieht nichts daran ändern gut jetzt ist auch die katze aus sagt jetzt können wir auch hier so machen so so jetzt wollen wir erst mal dich hier ein bisschen jetzt dezimieren ja was zum teufel was war das denn jetzt so dich befreien auch noch von deiner rüstung machen wir kleine striptease party ja ist ja auch klar kollege mann war 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 aber du heilige maria oder gott Was war das denn jetzt? Vier mal den stärksten Gegner im gesamten Spiel. Wow. Was ist in der Kiste drin? Ich bin fix auf meine Leute. Oh Gott. Ein Herzteil, das will ich aber auch hoffen. Ach du Heilige, lasst mich aus diesem Untergrund raus. Gut. Oh mich, ich wurde verhauen. Gibst du mir eine Suppe. Oh. Das war schön. Das war wirklich toll. Ja. Das zu meinem Spruch. Ja, ich werde eh nie eine Fee brauchen. Ja. Hat ja super funktioniert. Warum bin ich geheilt? Vollständig. Das ist eine gute Frage. Na ja, egal. Wow. Drei Parts an diesem verdammten Untergrund gehängt. Oh Gott. Ich sage nichts dazu. Zeitquist warnen sich schon an oder was? So Leute, ich würde sagen, ich erhole mich erst mal für diesen Schock. Und für euch hast das, heißt das, das war Let's Play, The Legend of Zelda, der Bundwege Freude. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann, ciao Leute. Tschau Leute.